Da läuft schon wieder so dicht dran. Ne, doch nie. Was kriegt denn dort nie ran? Wir brauchen einen Bogen. Das ist sumpf, das ist sumpf, sumpf. Ich hab unten in die Kiste reingetan, Holz und Nahrungsmittel. Ja, dort schluss Holz gleich rein. Ne, ist totaler. Das sieht so aus. Ich tu mal Eichenholz hier rein, knallen oder so. Muss ich eh noch gucken. Zwei sind unten. Hey, du nimmst mir gleich den Boden weg. Ja, ich wollte ein bisschen Holz. Obwohl, kann ich ja hier abwarten. Drei sind unten. Ist Fichten und Tropenholz das dunkleste Holz? Was gibt's, oder? Keine Ahnung. Ja, ähm, Fichte und Fichte und Tanne. Gut, da muss ich nämlich suchen. Oh, dunkles Holz. Das ist alles so hell. Im Westen. Zur Tür raus im Westen. Das ist schwer. Sven. Nach Westen sind auch zwei. Gut, äh, östlich sind auch zwei. Eben, zwei Bogenschütze und ein Schwertkörper wahrscheinlich. Oder der Schwertkörper weiß ich nicht. Da liegt ein Wicken zu mir. Da liegt ein Wicken zu mir. Da liegt die Axt. Das ist so. Au, schon wieder. ich muss den wechseln mach ich doch gar nicht, ich hab rechts geklickt da krieg ich das Schwert ab ich habe rechts geklickt tut mir leid so warte mal jetzt lebst du noch? das ist gut ich brauche Pfeil und Bogen, da könnte ich dort herunterschießen warte mal Sven? ich sehe gerade was komm mal mit AX, pass mal auf warte mal, hier unten ist ohne einer, oder? hast du so ne gute Idee? du willst mal keine... musst du mal gucken musst du mal um die Ecke gucken oder nach unten, nur nach unten, da haste Glas du fällst nie runter weißt du schon aber jetzt tue ich ja schon mal was essen, damit ich wieder Herzen habe warte, Bogenschütze kommt wohin? geh nicht hier an die Ecke selber ran da sollen wir gleich krallen ich habe meinen Feuerstab der ging oben an der Mauer lang ich huschle an dir vorbei, mach doch mach das boah, hab ich mich jetzt erschrocken hier ist einer mit diesen verkackten Stab, Alter viel Schaden wer? du du hast grad Schaden gekriegt nö, ich hab die Viecher eigentlich angehauen den hab ich überkommt der Bogenschütze schon wieder hier dicht machen? das ist blöd, an der Mauer können halt das langgelaufen, der blöde Bogenschütze da läuft doch jedes Mal das hoch das ist gut da drauf und hast du Spitzhacke? mhm warum brauchst du? ich überleg grad, hake grad nen Plan aus dann runter oh ich hab dir gesagt runter schleimiges Gras ja du hast dich schon hier etwa hoch auf die Insel gebaut doch erstarrter grüner Schleim, das sind die Bäume ich wollt jetzt unbedingt wissen was hier oben ist und ich sehe ne Burg ja ein oder zwei das auf Bogen kommt zu dir das ist auf Bogen kommt zu dir jener das muss jetzt irre sein jener 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 Ja. Genau da. Ähm, mach hier bitte nicht zu viel weg. Ah. Ich denke dann, wer hat die Tür wieder freiggebaut. Hast du die Tiere hier weggemacht? Nee. Die haben eigentlich nicht gewehrt. Wo sind denn die dann hin? Hier waren Tiere drin. Keine Ahnung, ich habe hier nichts zu tun. Die Heben sind weg. Hier waren Schafe und andere Viecher drin. Guck mal, wer hier hat das Fenster schon wieder auf die Fresse. Machen wir erstmal die Stinkkiste hier weg. Warte mal kurz, ich muss dich mal angucken. Nee, okay, das war der Broker. Ich hab Weizen und... Mach mal bitte... Du machst jetzt mal ein Glas weg und dann gehst du zur Seite. Das rechte. Mach was davor. Is mal was. Ich bin... Ja, aber wenn du keine volle Fleischleiste hast, dann regenerierst du nicht. Gott, dir fehlen zweinhalb Herzen. Das kann... Im Notfall kann das überleben und tot entscheiden. Guck mal, wir mal hochgehen wieder zu unserer Küche rein. Gucken wie es aussieht. Das ist doch feuchter mit den Blitzeln. Ach, sehr schön. Hier wieder Holz rein. Das ist halt hier völlig elektrisiert, ne? Ich bin mir schon die Haare zu bergen. Ja, ja. Was ist... Steht so einig, ich bin bergen. Ich bin mir schon wieder in der Hälfte, macht das Loch zu zu. Ich wollte doch erstmal reinkickern. Nee, da ist denn dieser Typ, der wartet regelrecht auf mich. Ich hab den und seine Mutter belöffelt. Worum machst du das? Du bist ja hierherster. Ich bin ernst wehnt dann. Guck mal, den Bogenschützen hast du gekillt? Der andere fehlt? Nee, ich weiß nicht, ob es ein Bogenschütze war. Den da unten, den du gekillt hast, das war ein Bogenschütze. Der andere Bogenschütze eiert nach unten rum? Schwer. Und den Schwertkämpfer. Es sind immer viele. Geil. Drei Bogenschützen noch. Nee, 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 kriegst mich nie. Lass den doch rüberkommen. Lass den rüberkommen. Den können wir doch einzeln wegmachen, oder nicht? Es wird Tag. Guck. Guck. Guck mal, da langt man mal zu. Ob die jetzt zu schwächer werden? Ich merke nicht davon. Der hat bloß noch zwei Leben, der Walker. Geh hin und schlag den eh mal. Guck mal. Ich muss erst mal gucken, wo ich bin hier und wo dein Walker ist. Warte mal, ich geh runter zum Fenster. Ich hab ja auch noch ein paar Bogenschützen. Ich geh runter zum Fenster, locken mal an. Aua, warte mal. Ich hab ein paar draufgekriegt wieder. Oho. 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 Kannst du mal... Oho. Lassen. Mach schnell. Sag schnell. Oho. Ich will die Tür aufmachen. Nein. Warte. Ich will einen goldenen Typ dort unten vornehmen, dann müssten wir sauber sein. Ich hab's geschafft. Wo, 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 wo? Ich hab mich hier festgefangen. Äh, ich hab mich dort verfangen, sag ich mal. Ne, was wolltest du tun? Ich komm runter. Was wolltest du tun? Ich mach Tür auf. Geh kurz raus. Hast du die Erde? Du machst dann wieder zu, wenn ich reinkomme. Hast du gut. Okay, dann stell ich mich hier hoch. Weil dort hinten war einer. Den könnte ich mit linksumdreh und rechtsumdreh in Plane machen. Da ist gekillert. Das ist gut. Drin ist noch ein Bogenschütze. Ähm, vergiss nie, hinten in der Ecke hast du auch noch Elm zu stehen. In einer Ecke, in einer Nische. Warte, warte, warte. Steht nur einer. Ja, ja, den seh ich gerade. Oh, Mann. Du machst... Zugebaut. Kann ich kommen? Kann's kommen. Na gut. Ich hab doch noch eine Burg gefunden, die er doch nicht belagert. Ey, sag... Genau den mein ich. Den hab ich zugebaut. Na gut. Haha. Das ist gut. Alter, wir haben halt die Burg eingenommen, Matthias. Ich weiß. Ich seh's. Alter. Ja. Ich hab ein paar Heimtränke noch gesagt. Spam? Komm mal her. Warte mal kurz, ich mach hier unsere Küche frei. Ja. Damit wir dann in die Küche wieder rein können immer. Wir haben uns noch... Wir haben die Burg eingenommen. Nein, noch nicht ganz. Wir müssen noch ein bisschen Holz, brauchen wir. Wir müssen noch schnell mal Holz abbauen. Hier drinnen... Wo bist du denn? Ich... Ich bin... Hinter dir. Gut, ich geh jetzt kurz hier rein. Hier drinnen ist noch einer. Der guck... Der fixiert mich. Der fixiert mich an. Der guckt die ganze Zeit auf mich. Wieso hab ich jetzt Schaden gekriegt? Geh weg, Alfa. Es kann sein, dass du was abkriegst. Ich bin hinter dir. Gott, ist alles tot hier drinnen. Drei Diamanten. Wollte langsam in unsere neue Wohnung einziehen, ihr zwei Mädels? Nein. Wir haben sogar einen kleinen Garten. Also, mir gefällt's hier in der Bude. Wir haben hier einen neuen Wohnpunkt, Matthias. Genau. Müssen wir von unten das Zeug nach oben holen. Links oder rechts, Sven? Welches Bett hast du? Ich rechts. Also geh ich hier hin. Ach, geht ja gar nicht. So. Warum sag ich... Warum sind die beiden schlafen gegangen, Mensch? Nee, steht da da. Bett ist das Bornpunkt-Set. Was? Wir haben versucht, das geht nicht. Und du sagst, von mir geht's nicht. Nee, das sagt er jetzt keiner was. Gold liegt im Ofen. Du kannst nicht schlafen. Ich hab keinen Spornpunkt hier. Doch, wenn du rechts draufdrückst, steht dann ne gelbe Schrift. Nein! Bei mir nicht. Du kannst nur nachts da. Bett ist Born-Set. Bei hier auch nicht. Eine gelbe Schrift? Bett ist Born-Set? Nein, ist bei mir nicht. Das war warm. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir jetzt unser Zeug wieder hochholen. Matthias. Ähm, ich will mal hier draußen lang gehen. Wegen versteckten Kisten suchen. Okay, such du versteckte Kisten. Ich tue hier oben unseren Spornpunkt ausbauen. Die ganzen Rohstoffe bringe ich jetzt hoch, ja? Ja. Und von hier oben kämpfen wir uns dann nach unten. Wollt ihr euch mal in die Burg einlisten, oder? Äh, wir sind, wir sind schon mittendrin. Wir sind schon drin in der Burg. Wir sind schon drin in der Burg. Möchte ich auch. Da spricht nur die Naida. Was denn? Bist schon wieder dort. Ah, da ist tot. Das ist aber das war das so. Ne, tot, ne. Nein, dick. Äh, fuck. Ich hab, ich hab den nächsten Eingang gefunden. Mach erstmal zumauern. Alles zumauern, immer. Immer sofort zumauern. Wir müssen später gucken, wie wir weitermachen. Wie markiere ich denn das? Gar nicht markieren, sondern zumauern. Hab ich ja. Ich, ne, als Markierung, dass du weißt, wo das ist. Oder ich noch. Äh, wenn du so vergesslich bist, dann hast du das nicht verdient. Hä? Hä? Na ja, da muss ich zweimal laufen. Oder, warte mal, wo ist das denn? Wo ist das denn da? Wo ist das denn? Wo kommst du lang? Ich geh den ganzen Umweg lang erstmal. Nee. Du hast du eine Tür. Ich komm dir hinterher, war. Da wird, geh nochmal runter, da ist noch ein bisschen unten was in der Kiste, da kannst du den Rest hochholen. Ja, ja, ich bin unterwegs. Hä, wie sind wir hier reingekommen? Achso, oben drüber sind wir reingekommen. Hops.